Das macht jeden Stau erträglicher. Musik aus dem Radio und Gags vom Moderator. Wolfgang Heimels Job ist es zu unterhalten. Ich glaube gerade jetzt ist es ganz wichtig, gute Laune zu verbreiten in Zeiten wie diesen. Dafür stehen wir bei Live Radio, für Spaß, für Unterhaltung. Und genau das machen wir Moderatoren auch, dass wir einfach gut gelaunt die Hörer begleiten. Die Moderatoren von Live Radio touren derzeit durch ganz Oberösterreich. Sie suchen die 500 beliebtesten Hits zwischen Ulrichsberg und Hallstatt. Die gibt es dann von Ostersamstag bis Ostermontag durchgespielt. Es ist jetzt nach zwei Jahren endlich einmal unsere erste große Geschichte. Wir sind in ganz Oberösterreich mit der Top 500 Playlist-Tour unterwegs. Die Songauswahl der Hörer, von unbekannt bis zu den Weltstars. Every Day von Blumcello, Django von Tash Sultana und... Ach nee, auch zu schnell gefragt. Words von Extreme. Wir haben sehr viele, die wünschen sich zum Beispiel Nirvana, sehr cool Nirvana, rock on. Und da gibt es sehr viele aus den Charts. Und ab und zu gibt es auch ganz schräge Songs, die kommen. Also so Ich und mein Holz zum Beispiel, wie wir letztens gesehen. Ich und mein Holz, ich und mein Holz, ich und mein Holz. Also es ist total unterschiedlich, man kann es nicht sagen. Wer seinen Wunsch abgegeben hat, der kann weiter zum Karaoke. Live performen, wer sich traut. Für mich ist Musik selbst ein Ventil. Es ist schön, wenn man was teilen kann und wenn andere Leute sich auch freuen. Man merkt jetzt richtig, dass wir zwei Jahre nicht unterwegs waren. Also die Leute kommen effektiv wieder auf uns zu, sagen, wir sind froh, dass ihr wieder da seid, dass ihr wieder was macht. Für den eigenen Musikwunsch gibt es natürlich auch eine Belohnung. Hauptpreis ein neuer Mazda 2 Hybrid von Autolids. Am 16. April wird der dann in der Blue City verlost. QRs kurz kennen, meine drei Lieblingssongs, meine Top-Songs, meine Best-off, meine All-Time-Favorites auswählen, eingeben, E-Mail-Adresse rein, abschicken und ich spiele schon mit. Wer mitmachen und dabei sein will, die Tourstops gibt es aktuell auf live-radio.ac.